Hi, Leute! Hi! Herzlich willkommen zurück zu Tropicraft! Und ich hab euch wiedergefunden! Yeah! Wir sind jetzt das hier am Haus bauen. Ja, das wird jetzt meine Bude erstmal da. Also das Zimmer. So, jetzt aber Dennis ist mein Zeug, ne? Das ist in der Truhe, das hat Lukas schon aufgehoben. Okay. Guck mal, da kommt wieder... Ey, Fackeln! Habt ihr Fackeln oder sowas? Nehmen wir es mir bauen. Wambus Fackeln mach ich jetzt mal. Er bau von oben ab, ja. Mach ich. Und setzt am besten auch mal was hin wieder neu. Das ist ein Skelett! Ja, ich weiß! Dritteres! So, was hat der gedroppt? Nichts? Gar nichts, okay. Da ist noch ein Skelett! Oh, Knochen! So, wo haben wir Kohle? Ich brauche Fresschen! Oh ja, Fresschen! Du hast doch Kokosnüsse! Nein! Doch, hier drinnen sieben! Ey! Warte mal! Ich glaube, du musst normale machen. Ja, ich muss mit normalen Stickies hier. Boah! Gibt es hier kleine Schweinchen oder sowas? Nein! Also muss man sich hier von Früchten und Kokosnüsse ernähren. Ja, genau! Boah, ist das scheiße! Ey, als nächstes kannst du ja Bremse mal so ein Schwert machen mit dem pinken Material da. Ja! Weil der geht ja immer ein paar Viecher können und sowas. Hast du noch die Stickies? Ja, hier! Welche Bombos? Ja, genau! So, wo seid ihr, kleinen Schweinchen? Ich bringe euch alle um! Meine Schmerz! Komm doch mal zurück! Ja, wo seid ihr? Ha? 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 Voll der Stecher, ey! Guckt das an! Der pinke Stecher! Zeig mal! Das sieht aus wie so'n schwulen Schwert, ey! Schwulen Schwert! What the fuck! Alter, da hat man ab 6 Scharni Scheiße! Ja! Alter! Ja, okay, das normale macht 5, ne? Das ist dein Schwert! Ja, und Diamantenschwert macht doch 8, oder? Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Ja, gib's ihm einfach! Verdammt! Was ist das für Bremse? Ich bin nicht da! Ich hab ein Geschenk für dich! Ich bin grad nicht da! Ich bin grad nicht erreichbar! Falls du ne Nachricht führen hast, kannst du dir gern nach dem Piepton sagen! Grad hat sich jetzt ein bisschen scheiße gehört, ne? Ja, ich weiß auch nicht! Ja, wir wissen ganz genau, was du damit meintest! Genau! Ich mein schon! Ja, und schreib da einfach mal in die Beschreibung! Ich mach richtig hart am Kocklotschen! Ne! Leute, jetzt hab ich dir die Errungenschaft erzählt, dreimal auf Holz geklopft! Dabei hab ich schon voll viel Holz! Ich glaub, das musst du mit der Forst machen! Ne, mit der Axt geht das auch! Gehen das! Ah ja, ein Minecraft Logo-Partner! Genau! So, wo sind denn die Viecher, ey? Ich weiß nur, dass sie Stress wollen! Äh... Was Problem oder was? Ja, sag ich auch jedes Wochenende! Ja, das fragt mich auch immer irgendwie jemand am Bahnhof! Und dann sag ich immer, ne, ich hab keine Probleme! Dann sagt er immer, ja, ist gut! Aber dann kommt er irgendwie am Tag später immer mit 30 weiteren! Und dann fragen die, ob ich Probleme hab! Das ist voll nett! Das sind so nett, ey! Das ist voll nett, ey! Das ist voll nett, ey! Echt, echt so! Ich hab Clementry Bäume gebaut! Vor allem, die haben auch immer Baseballschläger und Klappmesser dabei, ne? Damit sie den Typen kaputt machen können! Genau! Der Ärger macht! Genau! Der nämlich Probleme hat! Ja! Das ist voll nett von dem! Ja! Find ich auch! Ja, ich auch! Ich weiß gar nicht, was einige Leute gegen die haben! Also ich find die nett! Ich versteh das auch nicht! Ja! Die fragen doch, ob du sogar Probleme hast, ey! Ja! Und das ist auch noch so freundlich! Mit dieser... Mit diesem netten Akzent immer, ey! Der Dialekt... Was Problem oder was? Grapefruit! Gut! Kann man die so essen? Oh nein! Das ist eine Spinne! Oh! Die Spinne kill ich! Scheiße! Na ja! Die Schaufel ist jetzt nicht gerade die beste, aber die Axt ist richtig gut! Boi! Was ist das denn? Also von dem Material meine ich jetzt! Ich hab Eichenholz! Ja! Eichelholz! Nein! Eichelholz! Oh guck mal! Da ist Holz! Und tschüss! Da ist ein... Da ist ein Holz! Ja da ist ein Holz! Das sind Spinneneier! Was? Spinneneier? Ja ich hab Spinneneier gefunden, ne! Meiner für meine! Alter du hast bestimmt die Spinneneier ausgekackt! Nein! Ich hab die Spinnmutter getötet! Die sind geschlüpft! Uah! Und sich das von der Groove nicht! Was? Bleib weg! Achso! Kriegt Bremse keinen Raum? Mann! Ja doch! Guck doch! Achso! Hier kommt ein Braum dran! Ja! Boah! Achso! Alter! Das war gerade ein Adrenalinkick meines Lebens! Ich bin gerade gekommen! Oh ja! Wie viele Pferden ich bekommen hab! 17 Stück! Warte! Wie viele hatten wir? Jetzt können wir uns, äh, Ding! Ne Angel machen! Und können eigentlich angeln! Ja wir müssen erstmal Betten machen! Aber ich glaub man kann... Man kann ja in Minecraft nicht in anderen Dimensionen schlafen! Ja! Und deswegen... Ne nur im Nether geht das noch nicht oder? Ja aber du kannst auch nicht im End schlafen! Ja! Im Nether ist voll egal! Explodiertes Bett! Ja! Ja! Und hier geht es halt auch nicht weißt du? Weil es halt ne Dimension ist! Ich hasse das! Ja! Aber du kannst ja... Deinen Spawnpoint setzen halt damit! Glaub ich! Das ist das einzige was... Ja ich will ja auch noch einen Spawnpoint im Haus setzen! Erstmal abbauen hier! Wieder Cola! Was anderes will ich ja gar nicht! Und wenn es nicht geht dann müssen wir halt immer wieder laufen! Ja oder du setzt nur deinen Spawnpoint! Ja! Ja genau! Der Konsole genau! Kannst ja auch machen! Schade ist möglich! Schade ist möglich! Kann ich ja gerade live in der Aufnahme machen! Live in der Aufnahme! Wie sich das immer anhört! Live on Action! Live in der Aufnahme! Live in der Aufnahme! Live! Ja doch! Volle Ladung Action! Mit Sarazza! Und die Putzgallon ist wieder hier! Oh Mann! Ah was! Nervlich ey! Habt ihr mal gehört wie geil Peter Sarazza emittieren kann? Na! Das ist so heftig! Echt so geil! Ah! Richtig fett ey! Wie Schminke im Gesicht! Richtig fett! Richtig stabil! Oh ja! Mann ey! Ich weiß nicht wie das ist! Das war's stabil! Warte! Warte! Hast du meinen gesetzt? Ja! Mach nochmal! Hab ich! Ne jetzt! Hä? Ich will in meinem Haus! Ich will in meinem Zimmer! Das ist da wo ich stehe! Ach so! Ne das hast du doch vorhin in der anderen wo ich doch noch in der normalen Dimension bin! Und hast du das auch gemacht! Und dann bin ich halt da ges- Äh! Wieder gespawnt wo du das gemacht hast! Also in dem Moment wo ich dann stand! Da war mein Spawn! Nein! Das ist da! Ich stand einfach in der Dimension an dem Punkt! Ja dann ist es halt so! Und so soll es geschehen! Und es geschah so! So! Ah so! Oh! Schöner Fucker! Trash! Hoffentlich finde ich euch jetzt auch wieder... Die Räume sind so hässlich Alter! Ich weiß! Das soll ja auch nur ein kleiner Raum sein! Ich dachte wir wollen richtig einen auf Bonzen machen! Ja machen wir später wenn wir richtig viel Dings haben! Bambus! Okay! Genau! Bambus! Und Holz! Und Geld! Wir müssen mal hier die scheiß... ...Planzen wegmachen! Wir bauen hier Platz für meine Plantage! Ich pimp das ja noch auf! Oh! Oh! Dass der jetzt wieder hier Drogen pflanzen muss ey! Genau ey! Habt ihr's gehört? Im Aldi wurden Drogen gefunden! Mit den Bananen? Also in Bananenkissen! Alter wir die ganze... Wir haben mal... Alter! Bei mir im Betrieb wird auch schon die ganze Zeit drüber geredet ey! Richtig schlimm! Richtig fett! Richtig stabil! Richtig stabil! Ich nehm voll mit Ablachs auf ey! Das Gott meine Mutter beleidigt! Ja! 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 Das normale wäre es! Ja! Natürlich! Mach ich's doch immer! Ja natürlich! Ja natürlich! Ja natürlich! Selbstverständlich! Na du Nudel! Neue Nudeln! Na du Schotter! Ich habe Tropenhals! Eie Nudeln! Scheiße! Eie vollziehen! Ne komm! Wir lassen einfach die ganzen Bäume da an der Luft hängen damit die wieder Kokosnüsse produzieren! What the fuck Alter wie viel Fosnüsse? Guck da mal! Ja! Oder wir müssen doch... Hä? Können wir nicht einfach äh... Baumstämme von den Tropenholzen stellen? Dann wachsen da Kokosnüsse dran? Ne! Die müssen... Ich glaube das... Kann das sein dass das die obersten von diesen Dingern sein müssen? Ne? Ja! Okay! Kannst du das mal abbauen! Was? Dann so! Ja hier die ganzen Kokosnüsse oben immer! Achso! Ja! Warte! Ich geb dir schon mal jetzt zwei! Ja! Warte! Warte! Ich baue meine Plantage! Ups! Meine... Playlist war grad zu Ende! Oh! Ich meine auch! Ich hab's grad gar nicht gemerkt, ey! Denk grad zu... Die ganze Zeit! Ich hab... Vor allem ich hab auf ähm... Zufällig wiedergeben gedrückt! Ja! Ich auch! Und das ist zu Ende! Ja! Eigentlich müsste es doch die ganze Zeit weiter zufällig weiter... Das müsste doch Vorschleife sein! Ja gell! Also das war jetzt bestimmt schon vor lange... Ne bei mir ist es grad erst vor kurzem glaub ich... Egal! Ich kann doch... So! Ähm... Kann ich eine Schaufel haben? So... Ist die... Ist die Steinschaufel besser? Als... Ich glaub schon! Oder die sind gleich! Das kann auch sein... Wollen wir einfach eine Eisenschaufel? Ja mach mal! Alter! Die Fresse! Nein! Nein! Das ist... Hä? Alter ich mach nichts! Ach hier! Ich hab auch noch so ein Schwert von... Für Bremse! Und jetzt... Und jetzt... Schambe! Ja! Hier das Schwert! Ja! Das musst du mit Schwertern kaputt hauen! Hattest du immer noch nicht verstanden! Hab ich doch! Ja! Ja! Hier! Die beiden nicht! Weil ich die aufgerufen hab! Mua! 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 Das Klaus... Mach mal wieder mein Essen! Du musst wieder essen, ey! Ich auch! Kann man nicht... Nicht irgendwie was anderes aus Dings machen? Was? Kokos müssen... Muss man doch irgendwas mit craften können! Ja guck nach! Das ist so ein Kraftaufnahme, ey! Nee, du musstest doch... Ähm... Musstest du doch... Ähm... Enzyklopädiatropica haben! Hab ich die? Ja! Ach Dennis, ey! Ich hab gedacht, die hab ich Dings gegeben! Hat jemand schon Siets oder sowas gefunden? Siets? Ich hab Samen! Hahaha! Die heißen einfach nur Samen! Ja gut, dann können wir die auch hier bald anbauen dann! Dann können Brot machen! Oh geil! Was? Ich geh angeln! Mohoganyloks! Was ist das? Mahagoni! Fisch! Rawfish! Äh... Für alle, die es wissen wollen, wir benutzen das Texture Pack Yolikraft! Äh... Five! Stimmt! Yolikraft! Ich wollte gerade Yolikraft sagen! Boah, das Yolokraft sagen gibst zu! Bestand! Was? Ihr kennt doch immer die Leute! Ich weiß halt nicht von was das ist, aber ihr kennt doch bestimmt immer die Leute, die halt immer YOLO sagen! YOLO! Ja, es gibt einen Yidi in Star Wars, der heißt YOLO! Oh Gott! Wo, wo, wo? Ach, die meinen den YOLO! Ja! Denn dann ist das ja cool! Ich weiß! Dann ist ja YOLO gar nichts mehr Schlechtes! Genau! YOLO ist das Schlechtes, YOLO ist das Gutes! Aber ist hier eigentlich dieser Timber-Mod drauf? Ne, ne! Den musst du noch installieren, dass wir auch richtig packen! Ne, aber ich glaube mit diesen richtig fetten Bäumen ist das so behindert dann! Nein! Das ist doch jetzt ziemlich gut! Weil der buggt, ne der buggt dann richtig! Warum? Das sind ja teilweise fünf Baumstämme! Ja, ja! Aber was willst du damit die ganze Zeit abbauen, Alter? Das dauert ja ewig! Ja, stimmt eigentlich! Ist ja noch 100 Jahren dran! Ja, ich baue mal ein bisschen Bobo ab! Na, also einer muss mal hier den dicken, toppen Baum abbauen! Welchen? Oh, ey! Wo ich schon angefangen habe abzubauen! Bei mir! Los, soll was anbeißen! Komm schon! Na, ich baue jetzt ein Stack Cobble ab! Muss mal! Raus mal! Wir haben doch Stack Cobble da! Anbeißen! Ja, brauchen wir trotzdem! Weiß an! Weiß an! Vielleicht finde ich ja cool oder so! Aber ich habe einen richtig guten Punkt für Cobble-Farming gefunden! Oh! Gerade, das ist bei uns sogar in der Erde! Oh Gott! Jetzt zwei! Mann! Mann! Warte mal! Ist das eigentlich Cobblestone, den wir da abbauen von dem Stein? Oder? Ja, genau! Pflastersteine sind das! Ja! Du stehst jetzt unter meiner! Moment! Hey! Ich finde das mit den Kokosnüssen eigentlich richtig geil gemacht! Was versuchst du da? Ich habe versucht dich mit der Angel einzufangen! Du hast eine Angel? Ja, ich habe eine Angel! Ich habe auch schon drei rohe Fische! Ach, du warst in diesem afrikanischen Dorf da? Äh, nein! Ich war bei ein paar Spinnenbabys! Ach, die hatten das auch? Äh, die hatten Pferden! Ah! Ja, da habe ich halt die ganze Zeit vom Blitz hermetzelt! Ah! Bei dem Massaker kamen halt diese geilen Pferde! Oh, ich habe Bobbys, glaube ich, gefunden! Ah ne, das ist ein Kittyfuckern! Das ist ein Kittyfuckern! Also, Kittyfuckern! Kittyfuckern? Nein! Äh, was sind denn das für Credits? Ich verstehe das nicht! Hä, was? Ja, für die, äh, wenn man, wenn man... Man kann doch bei den Typen da was kaufen! Ja, ich weiß nicht, wie man die kriegt! Weiß ich noch! Gold wahrscheinlich, oder sowas! Ja, irgendwie, irgendwas wird es sein! Irgendwas ist es ja immer! Oh man, das mache ich lieber wieder hin! Ja, okay, für den Anfang sind das jetzt halt noch richtige Hartz-IV-Zimmer! Also... Jetzt nimmst du mal Asylhörbe-Künstenwässer! Ja, aber hallo, ey! Asyl ist das Dreckste noch, ey! Ich weiß, wie wir Bamba für haben! Oh ja! Ich habe sieben Fische! Habe ich gerade in den Kisten gefunden von den Typen da! Alter, nicht abbauen! Ich gehe jetzt wieder hin! Okay! Oh nein! Oh nein! Nein, die Gatter sind böse auf uns! Hast du jetzt eigentlich noch Strings? Oh ja! Hä? Ja! Ja! Fünfzehn habe ich! Warte! Warte! Ich lege sie in die Küste! Das ist das schwulste Schwert, was ich jemals gesehen habe! Das sieht aus! Ich kann das nicht beschreiben! Wie meine Lederrüstung! Schwuler! Und das ist schwer zu übertreffen! Ja! Die sind schon hart am Glas! Äh! Pineapples! Jetzt haben wir schon zwei Pineapple! Welches ist mein Haus? Du kannst nur nachts schlafen! Ach! Hast du ein Bett gemacht? Oh! Ein richtiges Hartz-IV-Bett! Als jetzt ist das Zimmer wirklich Hartz-IV-Bett! Nein! Es ist einfach nur volles Drecksloch! Zeig mal! Das sieht aus wie so ein Knastzimmer, Alter! Ja! Mach das mal! Guck mal! Guck mal! Warum hast du ein Holz-Tür? Normaler Holz-Tür gemacht! Warum hast du keine Bambus-Tür? Ja, weil wir doch Bambus brauchen erstmal! Na, guck mal hier! Ich hab ein Drecksloch! Äh! Bremse! Dein Schwert ruft! Ein Schwert? Oh! Ein Schwert! Ja! Hier hast du noch ein Wunschloch! Oh ja! Hä? Wo denn? Da hab ich mir noch gegeben! Hey! Wo hast du denn dein Schwert ruft? Ja! Wie ein Kuckersnusser! Ach! Kuckersnusser! Wir haben auch jetzt noch anderes Holz! Oh, Alter! Der Regen ist aber so laut! Was ist denn, Alter? Ihr habt schon Pflaster-Steine! Man hört wegen dem... Ach! Wo ist denn das Glas? Ach da! Man hört wegen dem Regen gar nicht mehr mal die Musik bei mir! Bei mir schon nicht! Ich hab das leise gemacht! Ich hab Minecraft generell immer auf richtig leise! Und so, na! Ja, jetzt sind halt die... Für euch oder irgendwie... Das sind jetzt halt auch die... Weil man kann man nicht in, ähm... Warte mal! Was sieht denn das aus? In den Windows Sound Mixer und schnellst leise! Hm! Was sieht das aus? Was passt denn besser? Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Hier! Da! Zu... Zum... Zu dem oberen Holz meinst du? Ja, ja! Ich würd ja das sagen! Ja, aber von dem haben wir mehr! Ja, ich benutze einfach das braune da jetzt, oder? Nee! Na, okay! Dann bin es dichter dann, aber... Ich hab da vielleicht seine Gefühle... Wir brauchen aber dann halt mehr, äh... Palmwood! Palmen! Hat jemand noch Baumier? V. Bones? Bones? Einen hab ich! Äh... Hier! Hallo Dennis! Und... Da! Eine Palma! Was? Boah! Boah! Schreck mich doch nicht so! Boah! Oh ja! Schreck mich! Bösche Palma! Boah Baum! So! Guck mal! Ich baue jetzt seinen Bruder da! Mein Baum! Boah! Oh, das ist wieder so einer! Sterbt ihr... Tiki Menschen! Oder Tiki Skeletten! Oh ja, die haben wieder... Tiki Skelette! Ja, der hat... Der hat den Speer gedroppt! Wegen dem Regen kann ich den... Äh... Kann ich die Scheiße halt nicht lauter machen, weißt du? Welche sa... Scheiße! Ja, Minecraft! Ja, ja! Das ist so behindert! Ich hasste das! What the fuck! Oh! Ich muss was essen! Oh, ich auch! Alter! Nur um Essen! Ja, ey! Ja, ey! Ich bin runtergefahren! Was machst du? Alter! Was soll's? Kann mich jemand rausholen? Dann... Dennis! Scheiße! Was machst du schon wieder? Guck in mein Zimmer! Dennis! 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 Arschloch! Dennis! Dennis! Aua! Verdient! 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 Verdient, ey! Ich hab's aufgebaut! Warte, ich mach alles in die Kiste! Alter! Ich hab's nur verschildert! Oh, das geht nicht! Ich glaub, mein Internet ist abgeschmiert, oder? Nein! Dann war das in Bremse, oder? Nee! Geh mal ne Kiste schnell! Mach mal bitte ne Kiste! Warte! Ach, hier sind, äh, Bambos. Hast du ne Kiste? Ja, ja! Super! Mach schon, ob ich euch wieder finde! Ey, wir haben Klaas! Echt? Was hast du? Ja, das hab ich gemacht! Oh, scheiße! Meine Freundin ist offline! Jaaa! Alter! Nicht jaaa! Jaaa! Ach! Den Tod hast du so verdient, ey! Die Fresse! Das ist so verdient! Das ist eigentlich das Schlimmste! Warum? Das ist nicht das Schlimmste ist! Mann! Was ist denn das Schlimmste? Meine Freundin auch lange! Das ist gebrochen, Bruder! Nein, das ist das Schönste, was die Welt jemals erblicken durfte! Ihhh! Ihhh! Wir beide! Ihhh! Ich hab doch keine Ahnung von Kunst, ey! Du sollst Kunst sein! Ihhh! Bremse hat Magic Mushroom gehabt! Was? Hä? Magic Mushroom! Also nimmt der jetzt schon Drogen, oder was? Ah! Also wirklich Bremse! Geht ja mal gar nichts! Was hab ich denn gemacht? Du hast einen Magic Mushroom dabei gehabt! Wie jetzt? Ja, du hattest einen Magic Mushroom! Der kapiert's nicht! Dennis, warum ist dein Zimmer größer als alle anderen? Ist nicht! Ist es wohl! Ich hab ein Premiumzimmer! Andi, ist es nicht! Ist es nicht! Ist es nicht! Das ist ein Arschloch, ey! Ist es 4x3 breit in jedem! Ja, ich seh's grad! Guck doch! Wir haben hier jetzt schon ein Fenster gemacht! Äh, der Part läuft jetzt vorbei, Leute! Okay, bis zum nächsten Mal! Ciao! Fällt dir was auf? Der Bremse ist nie bei uns, wenn wir den Part bänden! Ja, volles Arschloch! Ja, mich vor dem Part immer killt, der Penner! Ja, tschüss! Der Pistoy!